Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe mal wieder mich an die zweite Bundesliga rangewagt. Erste Bundesliga kommt teilweise, naja zumindest Dortmund gegen Bayern. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten und los geht's mit Werder gegen Aue. Der SV Werder Bremen befindet sich wirklich nicht in einer wirklich guten Lage, zumindest aber hat man sich jetzt verstärkt. Ein neuer Trainer, Ole Werner soll es richten, vorher bei Kiel gewesen, machte dort einen guten Job. Nun am Freitagabend der FC Erzgebirge Aue zu Gast, Werder Bremen natürlich spielbestimmend von Beginn an, aber die erste große Chance, sie ließ etwas auf sich warten, 22. Spielminute, Marvin Dux testet hier Martin Menel. Nicht der Größte, aber reflexetechnisch ist er richtig auf der Höhe. Fast eine halbe Stunde gespielt, Werder Bremen wurde nun deutlich stärker und auch Abschluss gefährlicher. Füllkrug, Schmid, Romano Schmid scheitert aber am Pfosten. Tolle Kombination hier mit Niklas Füllkrug. Das Aluminium verhindert hier den Führungstreffer. Von den lila Feicheln kam viel zu wenig defensiv, auch mittlerweile nicht mehr ganz so sattelfest. Top-Rack, Füllkrug. Jung kommt nicht durch, Füllkrug probiert es im Nachfassen und macht. Das 1 zu 0, 41. Spielminute, vollkommen verdient, noch abgefälscht von Barilla. So steht es nach 45 Minuten, 1 zu 0 für die Gastgeber und das war hochverdient. Ein gutes erstes auf Bäumen der Bremer unter Neutrainer Werner. Springen wir in den zweiten Durchgang. Das Bild änderte sich kaum. 2 zu 0, Marvin Dux, 64. Spielminute und das war schon so etwas wie die Vorentscheidung. Mit dem Kopf von Romano Schmid abgelegt. Das macht er sehr gut. Dux in der Mitte viel zu frei. Aue nun auf Schadensbegrenzung aus, aber das klappt da auch nur so mittelmäßig. Füllkrug, Romano Schmid, die verstanden sich da vorne äußerst blendend. Knapp vorbei der Schuss von Romano Schmid. Der FC Erzgebirge Aue fand einfach nicht in diese Partie hinein. Knapp 10 Minuten vor dem Ende. Ein weiteres Mal Werder im Angriffsmodus. Bittencourt legt quer zu Marvin Dux, der markiert seinen Doppelpack und macht hier endgültig den Deckel drauf. 83. Minute. Super Abschluss oben rein. Männl streckt sich, kommt aber nicht mehr ran. Wirklich ein gelungenes Debüt für Ole Werner bei seinem neuen Verein. Werder Bremen gewinnt zu Hause beeindruckend und spielerisch stark mit 3 zu 0 gegen Aue. Topspiel am Samstagabend zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04. Der Spitzenreiter gegen Königsblau, die zuletzt auch die Schalker 5 zu 2 gewonnen haben gegen Sandhausen. Fuchsen sich da rein in die Partie und konnten am Ende deutlich gewinnen. Aber hier war es ein Auftakt nach Maß für die Gastgeber Burgstaller, der mit dem Schuss abgefälscht unhaltbar für Freisel. Guido Burgstaller, der gegen seinen Ex-Klub Nürnberg in der Vorwoche traf und jetzt auch gegen seinen Ex-Klub den FC Schalke 04 erfolgreich ist. Aber Schalke brauchte nicht lange, um hier wieder Fuß zu fassen. Bülter, zehnte Minute, scheitert an Nicolas Vazil. Danach ist es ein Handspiel von Piringer, aber das war die große Möglichkeit, schnell auszugleichen. St. Pauli hat die Frühstarter zuletzt zweimal in weniger als 15 Minuten mit zwei Toren. Aber Schalke stabilisierte sich und der FC St. Pauli wurde hinten eingeschnürt. Bülter zu Dominik Drexler, Marius Bülter! Was für ein Hammer! 20. Minute, der verdiente Ausgleich. Unhaltbar von der Latte prallt der Ball ins Netz. Aber der FC St. Pauli fand dann auch wieder das Offensivspiel. Und mit normalen Toren war hier irgendwie nicht mehr zu rechnen. Daniel Kofi-Chiere haut den in den Winkel. Das nächste Klasse-Tor in dieser Partie. 2-1 Führung, fünf Minuten vor dem Seitenwechsel. Wieder Schalke. Dominik Drexler, auch der setzt den Ball direkt unter die Latte. Was war hier bitte los? 2-2 nach 41 Minuten. Und die Tore, sie waren wirklich wunderschön anzuschauen. Die Gäste nochmal vor dem Seitenwechsel. Lorenz verliert den Ball an Ranftel. Der liegt auf für Marvin Piringer. Der Tirodde-Vertreter macht vor dem Seitenwechsel noch den Führungstreffer Piringer, der sein erstes Zweitliga-Tor in der Vorsaison für die Würzburger Kickers auch gegen den FC St. Pauli erzielte. Macht hier die erste Führung klar für Schalke an diesem Samstagabend. Durchgang Nummer 2. Die Offensive beim FC St. Pauli natürlich richtig gut aufgelegt. Mit breiter Brust, hohem Selbstbewusstsein. Hier ist es mal wieder Guido Burgstaller, der aber knapp vorbeizieht. Wo Topspiel drauf stand, da war Topspiel auch drin. Der FC St. Pauli drückte um die Stundemarke herum auf den Ausgleich. Martanovic kommt nicht durch, aber Jackson Irvine setzt nach. Freisel dann aber ohne Probleme. Schalke zog sich zurück, machte nicht mehr so viel nach vorne. 70. Minute dann mal wieder was. Marvin Piringer zu Bülter, der auf Ove Jahn, dem besten Vorbereiter der Liga. Bülter und Piringer! 2 zu 4, 71. Minute. Die Entscheidung in dieser Partie. Schalke gewinnt nicht unverdient mit 4 zu 2, aber auch durchaus etwas glücklich. Sie waren kaltschnäuziger am Abschluss. Der FC St. Pauli muss sich mit 2 zu 4 am Ende geschlagen geben. Die Leistungskurven dieser beiden Mannschaften, Hannover 96 und dem Hamburger SV, sie könnten nicht unterschiedlicher verlaufen. Hannover 96 ganz unten drin. Der HSV klopft oben an und ist in den letzten Spielen richtig gut drauf. Und macht jetzt auch aus seinen Chancen endlich mal seine Tore. Und auch hier die Rautenelf die bessere Mannschaft zu Beginn. Glatzel, Alidou, Robert Glatzel kommt nicht durch. Alidou setzt nach. Mourouja schmeißt sich mit allem rein, was er hat. Elfte Spielminute. Alidou ist aber, ja, sowieso der Shootingstar aktuell hier verpasster ist. Ist aber auch nicht leicht zu nehmen aus der Situation. Hannover 96 verschlief ein wenig die Anfangsphase. Kam ohne Gegentor raus und dann auch mal nach vorne selber aktiv. Kehrk scheitert erst noch an Johansson. Der zweite Sitz dann aber. Zwanzigste Minute. 1 zu 0 für die Niedersachsen. Doch etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt. Der erste Torschuss. Der sitzt gleich. Der HSV aber erstmal unbeeindruckt. Robert Glatzel zu Bakery. Jatta Kittel zu Glatzel. Forstenpech für den HSV. Das 1 zu 1 wäre natürlich verdient gewesen. Es ging aber mit diesem klacken Rückstand aus Sicht des HSV erstmal in die Halbzeit. Wir springen in den zweiten Durchgang. Freistoß aus dem Mittelfeld. Kerk bringt den nach vorne. Kopfball Lukas Hinterseer. Der Ex-Hamburger noch unauffällig an diesem Sonntagnachmittag. Das ist ein Verlegenheitskopfball, der nicht wirklich gefährlich wird. Über eine Stunde gespielt. Hannover 96 verdiente sich den Vorsprung so ein bisschen im Nachhinein. Ungefährlicher Bayer. Und Ondua mit dem Kopfball aus 12, 13 Metern. Der war nicht so ungefährlich. Kittel steigt eigentlich deutlich höher, aber kommt nicht ran, weil Ondua besser steht. Der Ball geht dann vorbei. Langsam wurde die Zeit auch knapper für den HSV. Ali Du, starker Pass, du Glatze! Hansen mit der Parade. Dann ging aber auch die Fahne des Assistenten hoch. Viel war das nicht. Hult hebt es fast auf. Aber eben nur fast. Hamburg drückte Hannover nochmal mit einer Standardsituation. Gefährlich. Meffert kriegt den Ball nicht raus. Das Heier dann eigentlich schon. Kaiser setzt aber nach. Ist unbedrängt. Legt den Ball zu Bayer. Kehrt zurück zu Ondua. Geil! Ondua mit dem Schlusspunkt. 89. Minute. Das 2 zu 0 für Hannover 96. Johansson kommt nicht mehr ran und kann die Niederlage nicht verhindern. Ein ausgeglichenes Spiel, in dem Hannover die besseren Abschlüsse hatte. Gewinn die Gastgeber mit 2 zu 0. Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Zweite Liga. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ansonsten bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. T Sai fit. Tschüss. T revisits. Therekchli Valerian Y sweepstras sarà in Altaina. Tschüss. Tschüss. Tschüss &怎么了.